Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Gabriele Appel von der Jerusalem Foundation. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Tja, was verbindet eine jüdisch-arabische Schule in Jerusalem mit Handball in Erlangen? Wo geht im Lockdown ein europäischer Kulturmanager ins Konzert? Und wie engagiert sich ein ehemaliger bayerischer Staatsminister für jüdisches Leben in Bayern? Diese und viele andere Fragen diskutiere ich mit Gästen aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Jede Woche schalten Sie ein, seien Sie dabei. Ich freue mich auf Sie. Und auch heute habe ich wieder einen ganz spannenden virtuellen Reisegast hier bei mir. Wir verbunden mich heute mit dem Intendanten des Stöckbehauses Baden-Baden, Herrn Benedikt Stampa. Willkommen, herzlich willkommen in Baden-Baden. Vielen Dank, Herr Stampa. Herzlich willkommen hier bei uns im Homeoffice-Talk. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese kurze virtuelle Reise nach Jerusalem. Herr Stampa, Sie sind Intendant des größten Konzert- und Opernhauses in Deutschland. Sie sind vom Studio ausgebildeter Musikwissenschaftler und auch Betriebswirtschaftler. Jetzt mal eine rhetorische Frage gleich zu Beginn. Wenn Sie mal die letzten Monate betrachten, seit Beginn der Covid-Pandemie, welche dieser beiden Fachrichtungen war für Sie tatsächlich in den letzten Monaten wichtiger? Also ich glaube, Reichtvater trifft es fast besser, weil ich natürlich mit sehr vielen Menschen auch die Trauer beteiligt habe, um spielen zu dürfen im Festspielhaus. Da haben ja alle Theater und Opernhauser erstmal einen Shutdown erlebt. Wir haben mit sehr vielen Künstlern gesprochen, die nichts mehr hatten. Keine Konzerte, keine Einnahmen. Regisseure, die auf Konzepten liegen geblieben sind, die wir hier für Baden-Baden genommen hatten. Aber da gab es auch viele Gespräche und auch gegenseitige Tröstungen. Das war hier mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern im Haus. Und das Dritte natürlich unsere Besucherinnen und Besucher, die plötzlich gar nicht mehr kommen konnten. Und das war wie so ein Untergang für viele, weil sie halt sehr, sehr an der Festspielhaus hängen. Insofern war ich eher als Beidfahrter gefragt und jetzt in den letzten Monaten dann doch auch stark als BWLer, als Ökonom, als Geschäftsführer, als Shabbelshooter, als Formationslenker, auch aber als jemand, der einen Change-Prozess einleiten muss und sich fortführen kann. Mit Corona wird uns ja nicht nur kurz, sondern auch mittelfristig und langfristig beschäftigen. Dann geht es um die Frage, in den nächsten Jahren, wie groß dürfen wir noch veranstalten, also trocken Menschen, aber auch, wie teuer können wir veranstalten. Werden wir nie wieder mit 2.000 Menschen im Saal sitzen? Ja, nein. Das ist alles, das bedingt sich bei einer Organisation, dass sie sich komplett mal aufstellen muss. Und jetzt kann ich noch zum Schluss sagen, dass wir das Festspielhaus sozusagen auf eine Art Rede gelegt haben, einen Trockenblock gelegt haben und es alles von Muscheln entfernen und die Organisation komplett mal aufstellen. Ich habe die Betriebswirtschaft natürlich auch unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt erwähnt, denn Frau Prötzchen war zu lesen, für Sie natürlich die unglaublich freudige Nachricht, dass ein finanzieller Rettungsschirm über dieser ja komplett bislang privat geführten Organisation, Institutionen gespannt wurde, Landwaden-Nürttemberg, Stadtwaden-Waden, ihre privaten Förderer und Spender, da ist Ihnen ja wahrscheinlich ein echter Stein vom Herzen gefallen. Kann ich mir vorstellen. Ja, das kann man nicht anders sagen. Das war schon für uns Existenzbedrohend, weil wir eben eine private Organisation sind, zwar gemeinnützig, aber privat, damit so ein bisschen zwischen die Rasterfallen der normalerweise kommunale Schadung tragen, Opernhäuser, Theater und so weiter. Und formal hätten wir eigentlich gar nichts geben müssen, dürfen, sollen. Aber auch aufgrund der Bedeutung unserer Institution und auch der Vorarbeit ging es dann doch ganz gut. Und wir hoffen mal, dass das uns hilft, jetzt in den nächsten Jahren zu verstehen. Ja, Sie können ja jetzt auch planen, Sie können, also soweit das eben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie überhaupt möglich ist, aber Sie können auch im Moment schon wieder veranstalten. Das tun Sie ja auch sichtbar mit den Off-Street-Sommerkonzerten, die kann man ja auch auf Ihrem Facebook verfolgen, auf Ihrer Website. Sie haben ja gesagt, bei diesen Sommerkonzerten, die laufen jetzt noch bis Ende August, das ist eben die Sicherheit und das Wohlergehen der Zuschauer vor allen Dingen wichtig. Aber mal ganz ehrlich gefragt, schauen Sie trotzdem, so wie wahrscheinlich alle Intendanten weltweit im Moment, auch nach Salzburg, um zu schauen, naja, das ist der Testfall, mal sehen, ob es klappt. Dann könnten auch wir wieder in die größeren Dimensionen planen. Ja, wenn ich ganz ehrlich sein darf, schauen wir nur, weil die Bedingungen in Baden-Baden andere sind als in Hamburg, andere sind als in NRW, andere sind als in Salzburg. Wir schauen, was wir machen, wir schauen, was unsere Künstler machen. Und wenn man immer nur auf die anderen schielt, dann kommt man in eine Hase- und Fuchs-Situation. Das will ich nicht. Also wir wissen, wir sind das Festsport-Baden-Baden, wir machen unser Ding. Und für uns sind die Künstler und das Publikum, was wir ansprechen, wichtig. Ja, dennoch nochmal im Vergleich, Sie haben ja insofern einen, denke ich mal, strategischen Vorteil im Moment. Sie haben ja eben schon die große Platzzahl erwähnt, 2500 Plätze. Das ist ja für Sie jetzt wirklich ein echter strategischer Vorteil. Sie können ja ganz anders platzieren im Vergleich zu den kleinen Häusern. Sie können diese Aha-Regeln ganz anders einholen. Das stelle ich mir jetzt zumindest mal als gelegentlicher Konzertbesucher vor. Ist das tatsächlich ein Vorteil oder denken Sie auch so ein bisschen mit einem Auge, gucken Sie in Richtung Rückabwicklung von Tickets, wenn also unsere zweite Welle kommt? Ja, also damit muss man eh rechnen, dass noch eh was nachkommt. Wobei es ja zur Zeit so aussieht, dass keiner einen zweiten noch planen will. Und wir es auch wahrscheinlich in verschiedenen Weisen gar nicht verkraften können. Also für mich ist das kein Vorteil, weil wir müssen mit 500 Menschen planen. Es ist die Verfügung, dass wir dann in Baden-Röthen-Baden bis zum 31. Oktober. Und ich kann mit 500 Menschen, da wir auf Einnahmen angewiesen sind, eigentlich das Programm machen, was wir eigentlich machen können. Und es ist eigentlich nur der wahnsinnigen Hilfe unserer Stifter, Förderer und Freunde zu bedanken, die auch des Landesbaden-Baden-Baden, des hohen Zuständerschaftsbaden-Baden, dass sie überhaupt spielen können. Aber es ist letztendlich, und da muss man auch dann wiederum in die anderen Häuser gucken, keiner spielt das, was er wirklich vorgab dazu spielen. Wenn ich noch eines dazu sagen darf, es geht ja nicht nur um uns, es geht ja auch um unsere Kollegen, die die großen Unterhaltungsshows produzieren, also die großen Tourneeshows wie ABBA, König der Löwen, die teilweise bis zum Jahresmitte nächsten Jahres eine Produktion eingestellt haben. Das heißt, hier bricht ein, oder hier verändert sich ein kompletter Unterhaltungsmarkt. Und das wird sich in den nächsten Jahren erst zeigen, wie stark das auch war. Und insofern müssen wir als Einzelinstitution sehr stark auch sozusagen sehen, was können wir uns leisten, was wollen wir uns leisten. Und hinzu kommt ja auch noch, dass wir jetzt nach und nach auch sehen, in welchem hitzsten Markt wir auch gelebt haben. Also wenn man es mal sagen darf, der Klassikmarkt ist ja nun ein Gou-Markt, das macht man gar nicht glauben, aber ist in der Tat so. Also die Festiallandschaft hat sich den letzten Tag dramatisch verändert. Also es gibt so viele Festivals klassischer Musik wie noch nie zuvor. Künstler reisen rum. Wenn ich mir die Gländer anschaue von den teilweise großen Künstlern, dann wissen sie fünf Jahre aus, wo sie schon in fünf Jahren sind. Und das ist ein so überhitzter Markt gewesen, dass ich eigentlich auch sage, trotz aller Probleme, wir kommen jetzt auch mal so ein bisschen zur Ruhe und gucken uns das mal alles genau, wie es gleich auch da ist. Da müssen Ehrlichkeit rein. Ja, Sie haben gerade die Reisen angesprochen. Das ist ja etwas, was natürlich für Ihr auch ganz besonders wichtig ist. Sie haben ja kein eigenes Ensemble. Die laden ja wirklich die größten Start der Welt ein. Sie hatten ja auch viele neue Opernproduktionen, Opernensembles eingeladen für ihre nächsten Saisons. Einerseits ist es natürlich, auch da rede ich wieder als Laie, sicher ein Wortmacht, aber kein eigenes Ensemble. Andererseits eben diese Planungsunsicherheit, was jetzt eben auch die Reisebeschränkungen angeht, die USA, Russland, Holland, selbst innerhalb Deutschlands, die Orchester, die Sie vorhatten einzuladen, die Sänger, die geplant waren. All das hängt ja wahrscheinlich jetzt auch so an seinen Fragen. Und diese Planungsvorlaufzeit, die Sie ja in Ihrem Metier gewöhnt sind, die sind ja dann tatsächlich, die fallen ja im Moment so zusammen. So ist das. So ist das. Ich habe viele Sachen erfahren in diesem Bereich hinter mir. Das Porträt übrigens von Thierry Kurenzis, einem unserer wichtigen Künstler in Baden-Baden, der ja nun wirklich einer der ganz großen, sagen wir mal, unkonventionellen Künstler ist, hat mir schon vor Jahren gesagt, er hätte es am liebsten, man würde ihn einladen in einer Carte Blanche und das drei Wochen vorher und dann würde er drei Wochen vorher entscheiden, was er machen will. Also Theo hat schon vorausgesehen, wie wir uns in den nächsten Jahren aufstellen könnten, weil ich finde, letztendlich müssen wir auch jetzt zurückkommen zu einer Spontanität in der Planung. Also es ist so viel festgelegt bei uns, natürlich auch aufgrund der Logistikorganisation, auch der Finanzen, auch der Publikumströme, aber so etwas wie Spontanität ist gerade auch für Festivals, und das sind wir ja auch, extrem wichtig. Und deswegen muss ich auf Salzburg kommen. Ich fand es klasse, dass Marc Sinderhäuser sehr spontan diese beiden Opern aufs Programm gebracht hat, über Elektra und Cosi von Tutti, jeweils in einer Corona-Version. Sehr spontan, sehr unter Zeitdruck, aber am Ende waren es künstlerische Highlights, und das zeigt eben, wie das Potenzial auch spontan ist. Und Kunst muss spontan bleiben. Ja, Spontanität bieten Sie ja ganz konkret in Ihrem V-Blog im Moment, da drückt sich ja auch diese Sehnsucht aus, die Sie nach dem Miteinander haben, die Sie auch in der Musik vermitteln wollen. Ihre Videoblogs, ich habe mir das mal angeschaut, erfreuen sich ja großer Resonanz. Glauben Sie, dass dieser digitale Wandel, der ja anscheinend jetzt Einzug hält, auch in Ihrem Metier, dass der langfristig eine Art Ersatz sein könnte für so ein spontanes Konzert-Erlebnis? Oder ist das vielleicht nur mittelfristig etwas, um die Leute im Moment sozusagen hin zu vergrößten, bis zu dem Moment, an dem wir wieder alle ganz unbesorgt uns auf unseren Platz setzen können in Baden-Baden bei den Festspielen? Ich glaube, beides ist der Fall. Also ich glaube, dass die Verfügbarkeit über digitale Medien und auch die Aufmerksamkeit größer werden wird. Immerhin ist jetzt den meisten Menschen klar, es gibt wirklich auch Streams von klassischen Konzerten, die auch in guter und großer Qualität. Wir merken auch, dass wir, gerade wenn wir streamen, viele Kunden oder viele Besucher haben aus dem Ausland, also gerade aus Amerika, aus Asien. Also das ist sozusagen der kulturelle Europamarkt, ist halt auch Expansion oder ein Exportmarkt. Also es gibt die Verbindung zwischen digital und analogen und ich finde, die Leute das auch nicht gerne ausspielen. Vorher gab es jetzt so wenig, es gibt jetzt mehr und ich glaube, wenn man da auch wieder an der Schwelle und an dieser Schnittstelle sehr kreativ ist, kann man auch eine Menge Funken aus den Dingen schlagen. Ich bin kein feindliches Digital, auch kein apropologetisches Digital, aber ich glaube, dass die Verfügbarkeit von Konzerten auch für Menschen, die es eben nicht live führen können, größer wird und dass auch die Akzeptanz bei den Endkunden größer wird. Ich will noch ein Beispiel nennen, das wissen wir alle, wenn wir abends hergucken, neben dem Tatort gibt es dann noch bis Netflix noch ein bisschen Sport, aber es gibt auch mittlerweile große Angebote für Opernstreams, klassische Musikstreams und die Metropolitan Opera in New York überlebt ja nun deshalb auch, weil sie eben ein unglaubliches Archiv und digitalen Aufnahmen jetzt zeigen kann und damit auch Kunden binden kann. Also da läuft was und ist gut so. Ja, gut, also dann müssen wir wahrscheinlich sowieso ja alle erstmal noch mit dieser Mischung aus analog und digital leben und dann sehen wir ja, wie sich alles entwickelt. Wir bleiben hoffnungsfroh. Ich komme jetzt zum Ende unseres Sports nochmal auf einen Mann zu sprechen, den wir ganz zu Beginn erwähnt hatten, im Zusammenhang mit ihren Auschwitz-Konzerten, nämlich den Namen Frieda Börder Ehrenbürger der Stadt Baden-Baden. Und in seinem Museum veranstalten sie ja auch eben gerade diese Sommerkonzerte. Ich kann mit Frieda Börder die Brücke auch nach Jerusalem schlagen. Er war ein großer Freund Jerusalems. Die Stadt hat er kennengelernt über den Gründer unserer Stiftung, Teddy Kollek, den legendären Jerusalemer Bürgermeister. Und meine Frage, hatten Sie Frieda Börder noch kennenlernen können vor seinem Tod und wie war so der Austausch mit ihm? Also leider habe ich ihn nicht mehr kennengelernt. Es war wirklich traurig und eigentlich auch unsäglich traurig, dass Frieda Börder genau ist. Ich habe Zeitraum gestorben, als ich in Baden-Baden angefangen habe. Er war auch schon lange krank, insofern war er auch nicht mehr so da. Aber die Familie ist präsent. Ich habe mit der Witwe guten Kontakt aufgebaut und mit der ganzen großen Familie. Börder ist bestimmen für Baden-Baden, nicht nur als Person, als persönliche Kaltes Museum, sondern eben auch für die Geschichte unserer Stadt. Die letzten 40, 50 Jahre ist Börder-Geschichte in Baden-Baden. Das zeigt auch letztendlich, wie bedeutend auch Persönlichkeiten, wenn sie sich für etwas entscheidend auch langfristig sein können. Gerade wenn Sie das ansprechen in Jerusalem, weiß ich auch, dass natürlich die Verbindung da extrem groß war. Und für uns als Institution sind die Verbindungen natürlich auch wichtig. Und ich meine, gerade es gibt ein tolles Orchester aus Jerusalem. Ich werde nicht vergessen, wie ich einmal eine Reihe gemacht habe. Also ich fahre leider noch nie in Jerusalem, das muss sich mal wirklich ändern. Aber ich muss sehen, das ist jetzt einfach mal die Offenbarung heute Abend. Aber ich hatte ein wirkliches Erlebnis mit dem De Nurem String Quartet. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ja, ja, ja. Ein gutes, mittlerweile auch schon an die Betis-Festival-Orchester-Sprall-Quartett. Und wir hatten vor zehn Jahren dort in Dortmund, als ich da was in Dortmund tätig war, den ersten Schöster-Koppisch-Zyklus mit dem Quartett aus Jerusalem gemacht. Das war ein Sensationserfolg. Und ich weiß noch, dass Sie teilweise auch aus Israel reingereist kamen, um das in Dortmund zu hören. Aber die Begeisterungsfähigkeit war riesengroß und habe ich nie vergessen. Ja, hoffen wir, dass solche Möglichkeiten des Musikals und Austauschs dann tatsächlich auch bei Zeiten wieder möglich sind. Also, das ist wirklich Ihnen und allen Künstlern zu wünschen. Und mit diesem Wunsch werde ich mich auch noch gleich verabschieden. Mit dieser Karte allerdings auch. Die Karte drückt aus. Ich brauche von Ihnen bitte noch einen Überratungsgast für einen nächsten Tor. Herr Stamper, wen darf ich denn auf Ihre Empfehlung hin einladen? Ich habe das überlegt und ich würde gerne Thomas Hengenbock vorschlagen. Ja, aber Thomas Hengenbock ist einer der berühmtesten deutschen Dirigenten, Barock-Dirigenten, mittlerweile aber auch einer der großen Dirigenten für das 19. Jahrhunderts. Sein Tannenhäuser in Beirut ist auch auf eine Art legendär. Ich habe mit ihm viel gemacht. Wir haben den Passivfall mit ihm aufgeführt in Dortmund und Essen in Madrid. Das war die letzte Aufführung von Gérard Mottier in Madrid. Er war ein richtig großer Dirigenten mit einer unglaublichen Vitalität und großem Bezug zu Musik. Er lebt in Paris jetzt mit seiner Frau zusammen. Er ist aber ein Philipps Hafner, hat also viele Verbindungen, auch in Hamburg und so weiter. Er ist ein großer Überzeugungstäter für Kultur. Und ihm würde ich vorschlagen, dass sie sich beten. Schön, denn solche Überzeugungstäter brauchen wir tatsächlich in diesen Zeiten. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Stamper. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin alles Gute. Und ja, hoffentlich auf einen Wiedersehen in besseren Zeiten. Vielen Dank, Herr Stamper. Nachbarn. Tschüss. Ja, und das war es auch schon wieder bei unserem Homeoffice Talk. Ich hoffe, diese virtuelle Reise nach Jerusalem hat Ihnen gefallen. Wenn Sie sich für die Projekte der Foundation interessieren, schauen Sie einmal auf unsere Website jerusalemfoundation.org oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich freue mich in jedem Fall von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.